was kämpft meinten seit johannes standard er da wird er kämpft mehr das geht doch nicht doch habe ich auch gar nicht hier ich weiß nicht was er gespielt hat mit der lokalen seit der in den august was ist auch für eine scheißpumpe ein one shot tot älter wird aus aus wie die august war das er kann doch nicht aus 50 Meter Entfernung und nicht mal mit langen Laufe älter weißt du das die ist leider so op da muss ich jetzt hochspielen du liegst dich alle klein ja naja drüber aus da schneller dank der dritte so das muss ich erst mal kicken er die argus habe ich nicht verkleidern ich habe die argus nicht da ich habe sie einfach nicht ich habe die argus nicht ich habe keinen freischreit freischalt 14 tocken da sich die spiel könnte das ist echt unangenehm immer den griff raus den schaft drin ja der lücci kommt noch mal hallo aber ich bin wie ich bin standard glaube ich musste denn irgendwie deine klassen hinstellen ordentlich auf standard dass der sinne kann nur mit der pumpe alter zwei schuss damit der tod ist der linie langer lauf für mich den gleichen level wie boycone uha einwärter zwei geschwister jahres ich habe jetzt eine woche lang nicht gespielt mädchen sein gehört johnny johnny spielte und gestanden hat nur heute warum wir sehen gut ich würde lieber hardcore glauben wir wenn du spielst du mehr umschreien wir können zu uns anschließen es ist immer so ein hin und her wenn die zwei jahre merken ok jetzt sind standard sind auch treuer dann gehen die hart kommen wenn die da merken okay hartkass sind sind auch wieder treuer dann wechseln die wieder das ist so ein hin und her die ganze zeit was ich nicht verstehe warum würden meine meine hardcore dings die quote hier in standard was ist nitte entweder du hast die gleiche oder sind back weil die geht hier unter der hat hier auf standard habe gegen den herz alle quote da habe ich hier nur 176 und wie lange habe ich die schon nicht mehr gespielt man die gauntlet die geht geht eigentlich geht auf hardcore geht richtig gut ach ja dann kannst du dich in dem wald leben im wald ne ne dann kann man sich da kann man sich da kann man nilf schnitte nilf schnitt hat ich blieb jetzt hier von oder schreck tausche ein asylanten gegen 30 krebs das ist genug geredet man ist nur klar mit lokus klar nur klären gar nicht die leute werden bis zu besoffen jungen das ist ein Bild komisch haupt kurschen und mädchen richtig alter wie viele da warten seit ihr behindert Ich hab die Milfschnitte geholt mit Hedgehog. Wer sind das kleine Runde-Finger? Oh, Scheiße. Der spielt tatsächlich mit dem Skiper. Hä, wie ein Postalter richtig hässlich, Alter. Feind ausgeschaltet. Uiuiui. ... Wie rumleckt, Alter. ich habe ja eine drohne ich habe vorräte unangenehm ich bin kein gegen ich bin kein gegner einer so krass aber die hvk geht gut ab spärmien bereit der sitze im wald fest war der wixer jetzt wird es aber ernst er sitzt er war los bei die vorzeit Ich hab doch nicht gewartet. Er stirbt nicht! Boah! Weil er mit V&P spielt. Oh Mann! Alter! Fuck! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrra! Bam! Wächter eingesetzt. Du bist tot! Und ich überfahre deine stinkende, dreckige Lappenleiche! Wundersohn! Aaaaaah! Oh, wer ist tot? Oh, alle laufen schön durch meinen Schwarm hinten. Ja, Telefon, es sei you, Telefon. Geh weg, geh weg! Das ist so geil, Alter. Was willst du denn? Auf meinen Zaboru schießen? Du bist ja süß. Ich kaufe dir auch ein Eis für deine Mutti. Diese alte Schlampe. Ach, die sind alle hinten, Junge. Komm ich da mit meinem Zaboru sein? Ich habe noch eine Drohne für euch. Alter. Kameraden ohne Munition, das wird die Qualine. Ich sehe nichts von dem Wald. Sieht mir voll schlecht. Quatsch, du bist zu, ne? Was ist denn mit dir nicht für die Ohren? Okay, der Wald ist leer. Hehehe, du Schwein. In der Mitte, bitte. Ich habe wirklich so eine Waffe gestört, heute Abend. ha 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 verbündete drohne nähert sich verbündete drohne nähert sich gut gemacht cbp oha 20 0 elter geht denn da ab elter guck mal in der Luxi 107 ja weiß ich nicht die hvk elter die ist krass geht ja schon wann wo wer er ist okay er hat mich gestimmt wer egal wie ich darüber hin ja Johnny ist zu spart Johnny kifft der kifft arschhaare mit von von elefantendunk hier ich brauch noch ein krypto ich bin verräter ich bin verräter ja soll ich es als geschenk verpacken ich hab ja 56 krypto könnt die tägliche kündig was verfügbar in zwei stunden hast du ein ei am ne 6 standardkissen auf morgen ist wer ich ja so ja johnny denn markus gehen wir ein bisschen hardcore spielen hast du bock ein paar runden okay wir können ja weiter zocken dann standard der namen paar und war ein bisschen hart kommen ja ja okay dann werde ich wechseln weil wenn ihr jetzt ein paar runden zockt dann nicht 500 bin gehe ich auf war bis zu 498 war dann versuch mal dass du 99 ja dann versuch mal dass du nur kassierst und nicht steigst alle klar markus bis dann war schön aber er 20 0 auf standard kranker wie spiel ich denn ja mal johnny hat er heute schon dreimal unaniert und dann ist die hohen weg gewesen